Das zentrale Thema ergibt sich aus der wunderbaren Definition des Dialogs zwischen Gesellschaftswissenschaften und Praxis, wobei mir wichtig ist, dass die Praxisdefinition auch allumfassend ist. Ich habe das versucht eben schon deutlich machen wollen, dass das sowohl politische wie auch wirtschaftliche Praxis mit all ihren Bereichen angeht. Denn nur wenn wir gemeinsam dieses Thema, das uns alle die Zukunft, die nachhaltige Zukunft dieser Welt umfasst, wenn wir die gemeinsam so anpacken, dann kriegen wir das Thema gebacken. Die Schader Stiftung kann sich natürlich qua Einstellung zu dem, was sie als Grundsätze ihrer Stiftungsarbeit hat, eben in diesem Dialog, den ich gerade genannt habe, aktiv mit allen Fachleuten aus den Bereichen Wissenschaft, Wirtschaft und Politik, und das ist mir wichtig, ganz konkret mit Arbeiten auf diesem Gebiet einbringen. Und das ist mir wichtig, ganz konkret mit Arbeiten auf diesem Gebiet einbringen.